Hier seht ihr nochmal unser tolles Reparationsteam, die wirklich von Sonnenauf bis Sonnenuntergang arbeiten. Tafel-Mädels und momentan haben wir gerade drei Hunde, die kastriert werden. Drei Hündinnen von den ganz vielen, die noch folgen werden und die vielen, die wir schon kastriert haben heute, am heutigen Tag. Und ja, wir hoffen, dass alle Mädels nachher und auch die Jungs natürlich fit sind. Aber dazu werden sie ja wirklich gut von uns beobachtet im Auffachraum. Und von daher dürfte nichts schief gehen. Die Ärztin kennen wir und das sind großartige Ärztinnen.